Dieser Wagen war bei seiner Auslieferung 1963 nun wirklich kein hässliches Endline. Aber auch noch nicht so auffällig und auffällig schön wie jetzt. Seine Besitzer haben ihn von Schiefergrau zu seinem jetzigen Knallgelb umlackiert und schwer in einen komplett neuen Innenraum investiert. Das Ergebnis ist diese wunderbare Farbkombination. Trotz der Änderungen ist dieser Wagen alles andere als verbastelt. Im Gegenteil, er hat Matching Numbers und selbst beim zweiten Hinsehen sieht es so aus, als hätte dieser Wagen schon immer diese Farben und diese Ausstattung gehabt. Apropos Ausstattung. Dieser 356er hat bereits Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Das macht ihn genau so sicher und alltagstauglich, wie er bunt ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020